Der Nicaraguanische Kongress hat am Dienstag ein Dekret verabschiedet, das der russischen Armee erlaubt, Soldaten in dem mittelamerikanischen Land auszubilden. Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine kritisierten die Vereinten Nationen die Entscheidung scharf. Abgeordneter Brooklyn Rivera kann die Bedenken nachvollziehen. Vor dem Hintergrund eines Krieges, in dem Russland eingreift und an dem es beteiligt ist, weckt die Entscheidung Bedenken und Zweifel an der Verbindung zwischen Nicaragua und Russland. Die Nachbarländer äußern sich besorgt über diese Verbindung, die eine gefährliche Situation für die soziale und wirtschaftliche Stabilität dieser Länder schaffen könnte. Allerdings besteht das Dekret seit bereits zehn Jahren. Das Parlament entschied nun über eine Verlängerung. Präsident Daniel Ortega hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei seinem Angriff auf die Ukraine unterstützt. Die Entscheidung des Parlaments war daher erwartet worden. Unter all den Projekten Russlands und Chinas ist der Nicaraguan-Kanal vielleicht das ehrgeizigste. Und der Punkt ist nicht einmal, dass die neue Wasserstraße eine breitere und tiefere Alternative zum Panama-Kanal darstellen soll, den die Vereinigten Staaten kontrollieren, sondern dass Moskau nach den Bedingungen eines Dreierabkommens zwischen China, Nicaragua und Russland ihre Marinestützpunkte nach Nicaragua, also in unmittelbarer Nähe der amerikanischen Küste, verlegen können. Der Wahl Daniel Ortegas zieht sich Nicaragua aus der Organisation zurück. Das Land hat sich der Bolivarianischen Allianz für Amerika angeschlossen, die 2004 von Hugo Chavez und Fidel Castro zum Kampf gegen die Vorherrschaft der USA gegründet worden war. Es wurde dabei auch schnell klar, dass die USA kein Mitspracherecht der lokalen Regierung dulden würden. Sie fuhren mit mehreren Kanonenbooten an beiden Küsten Nicaraguas vor und konnten so der Regierung einen sehr USA-favorisierenden Vertrag abbringen. Doch die tatsächliche Umsetzung scheiterte. Auch dieses Mal erschien die Machbarkeit als quasi unmöglich. Zudem sahen die US-Amerikaner mittlerweile eine Möglichkeit, Panama, das damals zu Kolumbien gehörte, zur Unabhängigkeit zu verhelfen. Dort gab es zu der Zeit ebenfalls bereits Ideen für einen Kanal, der deutlich einfacher erschien. Und so entstand 1914 schließlich der Panama-Kanal, der in der Folge das alleinige Monopol für die Schifffahrt zwischen Pazifik und Atlantik haben sollte. Erst zu Beginn der 2000er sollte sein Monopol tatsächlich in Frage gestellt werden. Die gigantischen Frachtschiffe wurden nämlich irgendwann zu groß für den Panama-Kanal, sodass eine Durchfahrt unmöglich wurde. Zudem war mittlerweile eine ernstzunehmende Konkurrenzmacht zu den USA aufgestiegen, die nun eine Chance sah, den von den Amerikanern dominierten Kanal abzulösen. Und so kam es, dass China die Pläne für den Nicaragua-Kanal wieder auf den Tisch brachte. Das Projekt namens El Gran Canal sollte innerhalb von nur fünf Jahren fertiggestellt werden und knapp 40 Milliarden Dollar kosten. Nicaragua sollte zwar 51% des Kanals gehören, die chinesische Investmentgruppe sollte aber für 100 Jahre das Recht zum Betreiben des Kanals erhalten. Nicaragua erhoffte sich dadurch ähnlich sprudelnde Milliardeneinnahmen, wie sie der Panama-Kanal mit sich brachte. Und China wollte neben der Unabhängigkeit vom Panama-Kanal auch seine langfristig vereinbarten Öllieferungen aus Venezuela absichern. Doch es kam schließlich alles anders. Bis heute wurde der Bau noch nicht einmal begonnen. Warum? Tatsächlich verspielte Wang Ying einen Großteil seines Vermögens an der Börse, wodurch die Firma immer mehr in Schieflage geriet. 2018 wurden schließlich die Büros der Firma geschlossen und die Spekulationen über das endgültige Aus für das Vorhaben wurden zur Gewissheit, als Wang Ying im September 2021 von der Shanghai Stock Exchange ausgeschlossen wurde. Zudem war auch die Regierung in Panama nicht untätig, da nun die Hauptquelle der Staatseinnahmen in Gefahr schien. So wurde bereits zügig mit einer Verbreiterung des Panama-Kanals begonnen. Und 2016 konnte schließlich ein neues, drittes Schleusenpaar eingeweiht werden, das nun auch für die größten Frachtschiffe eine Durchfahrt ermöglichte. Und so erscheint die Errichtung des Nicaragua-Kanals in nächster Zeit ziemlich unwahrscheinlich. Dennoch ist es natürlich durchaus möglich, dass sich China diese Hintertür für die Zukunft offen hält und das Projekt seit der Eröffnung im Jahr 1914 hat die Menge der jedes Jahr den Kanal passierenden Güter erheblich zugenommen. Vor allem durch den Anstieg des Handels zwischen der Ostküste der USA und Ostasien. Der Kanal ist inzwischen eine der Säulen der Wirtschaft Panamas. Vor allem durch die Transitgebühren, die jedes Schiff, das den Kanal passiert, an das Land zu entrichten hat. Allerdings stößt der Kanal an seine Grenzen. Mit 40 Schiffen pro Tag sind seine Kapazitäten voll ausgelastet. Der Dichteverkehr führt dazu, dass die Durchfahrt länger dauert. Die Größe der Schiffe hat zugenommen, so dass manche den Kanal bereits nicht mehr durchfahren können. Die Bauarbeiten sind noch nicht beendet, aber bereits jetzt steht fest, dass manche im Bau befindlichen Schiffe zu groß für den Kanal sein werden. Außerdem könnte er durch den Bau eines neuen Kanals in Mittelamerika Konkurrenz bekommen. Seit der Entdeckung Nicaraguas durch die Spanier wurde auf die Möglichkeit des Baus eines Kanals vom Pazifik zum Atlantik hingewiesen. Der Grund liegt vor allem in der Geografie Nicaraguas. Wie wir auf der Karte sehen, befinden sich mehrere Inlandseen in dem zentralamerikanischen Land. Besonders sticht hier der sogenannte Nicaragua-See heraus. Dieser könnte die Route drastisch verkürzen und einige gut gelegene Flüsse könnten ebenfalls als Grundlage für einen Kanal dienen. Der Nicaragua-Kanal hätte allerdings eine unglaubliche Länge von über 278 Kilometern. Am weitesten vorangeschritten sind die Planungen in Nicaragua. Dort verabschiedete das Parlament 2013 ein Gesetz über die Vergabe einer Konzession zum Bau eines Kanals an die Hongkong-Nicaragua Canal Development Investment Company. In Betracht kämen sechs Strecken, die alle durch den Nicaraguasee führen. Geplant sind außerdem eine Eisenbahnstrecke, ein Flughafen, zwei Häfen und eine Ölpipeline sowie die Einrichtung zweier Zollfreigebiete. Die Kosten belaufen sich auf 40 Milliarden US-Dollar. Finanziert werden soll das Projekt aus privaten Quellen. Die Bauarbeiten könnten zehn Jahre dauern, aber noch sind die Machbarkeitsstudien nicht beendet. Der Regierung in Managua zufolge wird der Bau des Kanals die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Aber trotz dieser Aussichten stößt das Projekt nicht nur auf Zustimmung. Denn das Unternehmen, das die Konzession zum Kanalbau erhalten hat, darf die erforderlichen Grundstücke durch Enteignung erwerben. An der Atlantikküste liegen Siedlungsgebiete mehrerer indigener Völker. Welche Strecke man auch wählen wird, manche Angehörige dieser Völker werden ihr Land verlassen müssen. Deshalb legten Vertreter indigener Volksgruppen und der Kreolen der autonomen Region Atlantik Süd beim obersten Gerichtshof des Landes Beschwerde gegen das Gesetz ein. Darüber hinaus führen alle Strecken durch Naturschutzgebiete und den Nicaraguasee, den wichtigsten Süßwasserspeichermittel Amerikas. Der Bau des Kanals könnte also die Vertreibung von Menschen, Waldvernichtung sowie die Zerstörung der Lebensräume zahlreicher Arten und die Verschmutzung des Nicaraguasees zur Folge haben. Wird das Vorhaben dem Panama-Kanal wirklich Konkurrenz machen können? Auf der Karte wird deutlich, dass das tatsächlich der Fall sein könnte. Denn obwohl der Nicaragua-Kanal 200 Kilometer länger wäre als der Panama-Kanal, würde er den Weg zwischen der Ost- und der Westküste der USA um 800 Kilometer verkürzen. Außerdem könnten ihnen auch Schiffe passieren, die zu groß für den Panama-Kanal sind. Allerdings könnte das Projekt an der Entstehung neuer Seewege in der Arktis scheitern, und zwar der sogenannten Nord-Ost-Passage und Nord-West-Passage. Die Arktis ist den größten Teil des Jahres über vereist, was den Schiffsverkehr dort unmöglich macht. Aber durch den Klimawandel wird die jährliche eisfreie Zeit immer länger. Durch die Erderwärmung könnten also neue Seewege entstehen, die vor allem für Handelsschiffe sehr interessant wären. Denn die Entfernung von New York nach Yokohama beträgt 18.000 Kilometer durch den Panama-Kanal, aber nur 15.000 Kilometer durch die Nord-West-Passage. In den meisten Ländern Zentralamerikas kam es sehr rasch zu Instabilität und politischer Gewalt. Dazu trugen auch die Vereinigten Staaten bei, die direkt oder indirekt in mehreren Ländern intervenierten. Oft setzten sie ihren Interessen wohlgesonnene Regime ein oder unterstützten sie zumindest, ganz gleich wie autoritär diese waren. Das galt für das von Ubico in Guatemala, das von Hernández Martínez in El Salvador und das von Somoza in Nicaragua. Daraufhin entstanden natürlich Rebellenbewegungen, die die von den USA unterstützten oder eingesetzten Regierungen bekämpften. So kam es in Zentralamerika zu jahrzehntelangen Bürgerkriegen. In Guatemala von 1960 bis 96, in El Salvador von 1979 bis 92. Die USA wollten die Bauarbeiten weiterführen und forderten von Kolumbien die Hoheit über die Kanalzone. Als ihnen die kolumbianische Regierung das verweigerte, begannen sie inoffiziell die Unabhängigkeitsbewegung in Panama zu unterstützen. Am 3. November 1903 erklärte Panama mit Unterstützung der USA seine Unabhängigkeit von Kolumbien und nur zwei Wochen später schlossen der neue Staat und die USA den Hey-Büno-Varilla-Vertrag. Die USA erhielten eine Konzession zum Bau des Kanals und auf unbestimmte Zeit die Hoheit über die Kanalzone. 1904 nahmen die USA die Bauarbeiten wieder auf. Eröffnet wurde der Kanal 1914. 1977 sicherten die USA Panama durch die Torrijos-Cata-Verträge die Rückgabe der Kanalzone zu. Diese fand schließlich am 31. Dezember 1999 statt. Bis heute üben die Vereinigten Staaten großen Einfluss auf den Kanal und ganz Panama aus. In den folgenden Minuten geht es um die US-Invasion in Panama, die unter dem Namen Operation Just Cause lief. Diese Operation fand vom 20. Dezember 1989 bis zum 31. Januar 1990 statt. Die UN-Vollversammlung verurteilte die Invasion und vor allem die amerikanischen Staaten waren nicht sonderlich glücklich. Peru zog sogar seinen Botschafter aus Washington ab, da man das Ganze sah, das ist ein ungerechtfertigter Eingriff in die Souveränität eines unabhängigen amerikanischen Staates. Es lebe der Präsident, es lebe die Revolution. Am Jahrestag gehören die Straßen in Managua den Anhängern vom Präsident Ortega. Der 73-Jährige beschwört die Einheit des Landes. Wir brauchen Solidarität, um unsere Brüder in Nicaragua aus der extremen Armut zu befreien. Was ist die fundamentale Bedingung dafür? Das Volk braucht Frieden. Vor 40 Jahren stürzt die linke sandinistische Befreiungsfront dem brutalen Diktator Somoza. Bildung für alle, Teilhabe, eine gerechtere Gesellschaft, Versprechen, die zunächst eingelöst werden. Doch zuletzt regiert Ortega zunehmend autoritär. Studentenproteste im vergangenen Jahr enden mit hunderten Toten. Wer demonstriert, wird verhaftet. Die Unterdrückung muss enden. Die Verfassung muss geachtet werden. Die Bürger haben ein Recht auf Meinungsfreiheit. 40 Jahre nach der Revolution ist Nicaragua gespalten. Ortega hat einst einen Diktator vertrieben, aber für viele ist er heute der neue Diktator. Nicaragua hat mehr als 200 politische Gefangene freigelassen und in die USA geschickt. Die Maschine mit Politikern, Geschäftsleuten und Studentenführern landete am Donnerstag in Virginia. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price erklärte, dass die Freilassungen nicht Teil einer umfassenderen Abmachung mit dem mittelamerikanischen Land seien. Das nicaraguanische Parlament bezeichnete die Gefangenen als Vaterlandsverräter und hat am Donnerstag eine Verfassungsreform gebilligt, um den Abgeschobenen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Nach seinem Sieg hat der nicaraguanische Staatschef Daniel Ortega seine Entscheidung verteidigt, sieben Konkurrenten vor der Wahl unter Hausarrest gestellt oder ins Gefängnis gebracht zu haben. Sie sollen doch abhauen, am besten in die USA. Sie gehören nicht nach Nicaragua, rief er. Dass Washington die Wahl nicht anerkenne, sei ihm egal. Ebenso, dass die EU das Ergebnis für nicht legitim halte, interessiere ihn nicht, denn in Europa seien sowieso Faschisten an der Macht. Ein Parteienbündnis der Opposition war nicht zur Wahl zugelassen. Einige internationale Wahlbeobachter und ausländische Journalisten durften nicht einreisen. Hier sehen wir, welche Staaten alle von den Vereinigten Staaten seit 1946 bombardiert wurden. Sehr bekannt sind natürlich der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Balkankrieg und die Interventionen im Irak und in Afghanistan. Man sieht aber, dass die Amerikaner auch durchaus sehr viele Angriffe vor ihrer Haustür geführt haben. So zum Beispiel in Guatemala, Nicaragua und Panama. Aber auch einige Eingriffe in Afrika, zum Beispiel relativ kürzlich in Libyen, aber auch im Sudan, in Somalia und im Kongo. Zudem relativ unbekannt gab es auch Angriffe auf Indonesien 1958. Untertitelung des ZDF für funk, 2017